Bei uns in Urd haben wir Gott sei denn keine Ausländer, also 1997 war einer da, der hat sich verfahren, aber wenn ich jetzt, wenn ich an die Zukunft, ja, wenn die uns einmal mit der Burka Minarette am Nikola in Schweinsbraten wegnehmen, da kriege ich so ein Gefühl, das sag ich so, ein Gefühl, die fürchten sich gern, gell? Jo, danke Florian. Also wenn ich vor meinem Juweliergeschäft eine Rauchpause mache, sehe ich jeden Tag, jeden Tag auf der anderen Straßenseite so einen dahergelaufenen einbeinigen Bettler. Man möchte es nicht für möglich halten, aber es gibt tatsächlich Individuen, die dieser Person einen Euro in seinen schmierigen Hut werfen. Also dann möchte man doch am liebsten, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich bin, ich bin, ich bin... Du bist es eben neidig. Ja, danke, Florian. Weißt du, wenn ich mir unsere Traditionen so anschaue, wenn ich mir unsere Festschriften durchlese, die Werte, für die wir immer eingestanden sind, ach ja, 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 ja. Pau und wir. Dann weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mir fehlen auch die Worte. Ja. Aber aus treu deutschen Busen räckt sich ein Gefühl, wenn ich es auch nicht benennen kann, dass wir, wir sind... Ja, ja, wir, wir, wir sind, dass, 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 dass ihr zwei Nazis seid. Ja, danke, Florian. Auch wenn es manchmal schwer ist zu sagen, was man denkt, gerade wenn es um die Wahrheit geht. Und wenn es für euch schwer ist, sage ich es für euch. Vielen Dank.